Wenn man das hier mit das hier verheiratet, kommt Spaß dabei raus. Sieht am Ende in etwa so aus und macht einfach nur Gaudi und es gab präzise. Ich habe heute diese Combo Bubels samt 9mm Glock auf der Range probiert. Ich habe mich mal Piano dran gemacht, 7m, um einfach nur ein Feeling hierfür zu bekommen. Wie das ganze Ding aussieht, 25 Schuss, seht ihr hier inklusive dem Ergebnis. 3 Die Das war's für heute. Das war's für heute. Geile Sache. Das war's für heute.